Was bisher geschah. Was? Wo sind wir denn jetzt, Mann? Sind wir in der Wohnung? Auf einer Bank? Leuchtturm? Wir sind in einer Schneekugel gefangen, auf dem Tisch. Oh nein, das ist wieder der Albturm und der Vater stirbt. Nein! Na, das wird das Letzte sein, was du sagst, wahrscheinlich. What the hell? Wir sehen uns selber, wie wird die... Ich muss das Bild verbreiten. Wir sehen die... Die alternative Realität, der alternativen Realität. Nachspiel kommt. Könntest du Chloe ein Scheiß für mich kriegen und erinnern sie daran, dass du mich umgebracht hast? Was? Was? Hab ich nicht? Hab ich nicht? Ich... Ich... Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Aber Chloe... Die wollen uns alle Schuldgefühle geben. Wir sollen an allen Schuld sein. Wir allein. Sind wir schon wieder hier. Sind wir schon wieder hier. Warum? What the hell? But not Max. Max is a fucking child. Oh Christ, I know. And she never shuts up. Does she? I'm so over her hipster bullshit. I think everyone at Blackwell is over Max. Let's prove it. Booyah, Warren. I thought you were all over Max's shit. She's not all that. Who cares if she doesn't kiss me? Oh, you should have seen her make a move on me in my room. Hello, Wayne. Max should see me make a move on you. Come here. Goddamn, you are a sexy bitch. Oh yeah, okay. Why am I with Max, huh? Boredom. Plus, she's like my personal puppet. I hear that. Do you want to party? I got a drugstore in my room. Oh shit. Look at Max spying on us. Take a fucking picture, bitch. Or take a selfie. See, this is how you bust a move, Max. No mosh pit for you, shocker bra. Damn, Victoria. You're a real woman. Not a little girl like Max. I fucking love your tats, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to hook up. Why did you get rewind powers? You don't even know. Okay. Rachel's dead and you're still alive. Life is so not fair. I wish you would have never come back to Arcadia Bay. You're the real storm. Alter, was geht denn ab? Wir geben uns alle Schildgefühle bis auf geht nicht mehr. Diese Schweine. Wer? Wer? Wer hat uns diese Scheißmacht gegeben? Die ganze verkackte Zeit zu ändern, um so ein Leben zu kriegen? Wer? Code, Code, äh, ich weiß den Code nicht. Ich, drei, drei, sechs, fünf, neun. Äh, Kacke. Ach, du heiliger Bullshit. Vielleicht die? 9, 4, 3, 3. 9, 4, 3, 3. 9, 4, oh, jetzt verdrück ich mich über 9, 4, ne, 9, 4, 3, 3, so. Oh Gott. Sehen wir vielleicht im Spiegel nur eine Zahl? Eine Zahl sehen wir. 0, 3, 1, 1. 0, 3, 1, 1. Ich bin so gut. Ich bin so gut. 0, 3, 1, 1. Bestätigen. Jawohl! War richtig, war richtig. Jetzt raus hier und weg. Hä? Wow. Mein Gehirnplatz gleich. Wir sehen alle wieder, die, die es sie gibt. Auch uns selber. Wo ist Chloe? Chloe ist nicht da. Wer ist denn? Wer ist denn? Holy shit, bist du Serial? Ich bin du, dummass. Oder ich bin einer der vielen Max's, die du hinterlässt. Kannst du mich rausziehen? Oh, also du willst Hilfe? Hm. Ich dachte, du könntest, du all den und alles kontrollieren, hm? Du wirst die Zeit um deinen Fingern. Ich wollte helfen. Ich wollte nur die richtige Dinge tun. Nein, du wolltest nur populär sein. Und als du diese unglaublichen Macht bekommst, Sie kümmern mich. Blöde alternative Realitäts-Max. Das ist nicht wahr. Ich habe große Freunde. Und ich habe meine Power für gut benutzt. Bitte, stopp, innochen zu spielen. Du bist ein verdammter Hypocrite. Du hast eine Reise von Todes und Schmerzen hinter dir. Das war nicht meine Schuld, du sonn. Du darfst nicht sagen, unsere Mutter. Hm. Was für die Kaffee, die war deine Schuld? Warte, warte, warte. Du wirst du Zeit und Zeit für deine Precious-Punk-Klöe? Du denkst, sie ist wert, all das? Ja, es ist ihr. Oh ja, du ignorierst deinen besten Freund für fünf Jahre, während sie durch die Hölle gegangen sind. Some Freund. Chloe macht einen besseren Job für mich zu schmerzen, als du, weil du sie zu schmerzen hast. Es heißt Stockholm-Syndrom. Aber du hast nicht so viel Arbeit gemacht, also du musst lernen, wie Rachel. Just shut up. Du bist nicht mehr schmerzt, mich. Ich würde mich mehr schmerzen, um Chloe zu schmerzen, als Jefferson zu schmerzen. Max, du denkst, sie hat irgendwelche Gefühle für uns? Du bist nur ein Puppet. Man, du bist so dumm. Ich bin schmerz, dass ich das gleiche Name haben. Und irgendwann Chloe wird sie zerstören. Oh, Herr, sprechen Sie von der Dämmel. Oh, Herr, sprechen Sie von der Dämmel. Du bist nicht mehr schmerz mit der Hülle. Sie wissen, was wir zusammengekommen haben, und du nicht. Es gibt keine Weise, dass du mit unseren Team verbrechen kannst. Das ist die Wahrheit. Nach fünf Jahren, du bist immer Max Caulfield. Was ist das? Ich bin wirklich glücklich, dass du dich sehen hast. Willkommen nach Hause, Max. Was ist denn das für ein abgefricktes Ende? Was ist denn das für ein abgefricktes Ende? Ich ringe gerade mit mir irgendwie nicht, die Fassung zu verlieren, ja. Das war eine unglaublich geile Zeit mit Life is Strange. Das war eine unglaublich geile Zeit. Für mich das Spiel meines Lebens bis jetzt. Unglaublich. Ich wortreibe nicht. Alter. What the fuck? Ich kann nicht durch. Ich kann die Freundschaft nicht zerbrechen. Ja. Kommt auch noch der Pool. Ja, das ist so Pool-Action. Das war eine sehr schöne Folge. Sehr schönes Erlebnis. So eine Flucht. Oh. Nein. Nicht reichst du, Chloe, nicht reichst du. Nein! Ich wollte hier echt zusammenreisen, ey. Das ist so unglaublich. Das ist unglaublich ergreifend im Moment gerade. Chloe... Wir sind gleich am Leuchtturm. Der Sturm. Wer steht denn da? Was er will auf dem hoch stimmt. Ich komme. Ich komme, Chloe. Nein, keine Angst. Wir werden okay. Max, Max, kannst du mich hören? Bitte sagen Sie etwas. Chloe? Ich... ich muss mich verletzen. Oh, danke Gott. Nicht immer so wieder, okay? Ich versuche. Ich bin hier. Aber das Geheimnis war so real. Es war so schrecklich. Ich bin hier. Der Tornado rast gerade, oder rast gerade voll auf Station. Der Tornado war schon dort vor deiner Benutzung der Kräfte da. Oh, du bist nicht schuld, Max. Du hast es gesagt. Du hast mich nicht gefragt. Und du hast mich geschaut. Das muss passieren. Alles das getan. Außer was mit Rachel. Aber ohne deine Macht, wir können wir sie nicht finden. Okay, also du bist nicht der ganze Zeitgeist, aber du bist Maxine Caulfield. Und du bist großartig. Du bist leichter. Du bist ganz. Du bist so einfach. Du bist so einfach. Ich weiß, dass ich alles wieder zurückkehren muss, wenn du diese Bildung hast. Alles, was es dauert, ist für mich zu... ... zu... Nein. Keine Weise. Du bist jetzt meine Nummer-one-priorität. Du bist alles, was mir wichtig ist. Ich weiß. Du sprachst das immer und immer wieder. Selbst wenn ich es nicht. Ich mag es nicht. Ich bin so seltsam. Nicht wie meine Mutter. Schau mal, was sie hatte, um zu leben und zu leben. Und sie hat. Sie mag so viel mehr als zu sterben, als zu sterben in einem verdammten Diner. Selbst mein... ... mein stepfather... ... sie mag sein Leben. Es gibt so viele mehr Leute in Arcadia Bay, die sollen leben. Wie viel mehr als ich. Ich sage das nicht. Ich werde dich nicht verraten. Ich werde dich nicht verraten. Vielleicht hast du einfach verraten meine reale Bestimmung. Schau mal, wie viele Male Male ich ungefähr sterbe, oder wirklich sterbe, um dich zu dir. Schau mal, was hat in Arcadia Bay, seit du mich zu verraten hast. Ich weiß, dass ich so seltsam bin. Aber für einmal... Ich denke, dass ich meine Bestimmung akzeptiere. Unsere Bestimmung. Oh, wir... Max, du bist endlich zurückgekommen zu mir diese Woche. Und du hast nichts, aber mir deine Liebe und Freundschaft gemacht. Du hast mich schreien und schreien. Und schreien, wie ich in Jahren nicht gemacht habe. Ich gehe, wenn ich dann mit der Zeit bin. Ich komme mit dem, in der Zeit, bis ich... In der Zeit, in der Verkaufung alle Momenten zwischen uns sind reale. Und immer so werden wir uns. Es ist alles, was du wählen kannst. Ich weiß, dass du die richtige Entscheidung machst. Chloe, I can't make this joy. No, Max. You're the only one who can. Okay, wir sind jetzt mit der Entscheidung unseres Lebens. Die endgültige Entscheidung. Retten wir Chloe. Retten wir Cadian Bay. Okay, da ich irgendwie total fasziniert bin von dem Charakter Chloe und auch, ich weiß nicht, ich kann mit Cadian Bay nichts anfangen. Kein Bezug zu, es war so nebenbei, das musste ich machen, weil es halt zwingend notwendig war. So, dass es mir tut. Aber, wenn wir die Zeit jetzt wieder verändern, um die Zeit zu retten, die wir verändert haben, machen wir es nicht besser. Der Tornado wird kommen, so oder so, denn wir hatten, wir haben die Zeit noch nicht verändert und der Tornado war schon da. Also werden wir Arcadia Bay opfern. Wir werden Cadian Bay opfern. Wir retten Chloe. Wir werden Cadian Bay opfern. Ich möchte nicht mal zurückspulen. Chloe. Wir genießen jetzt das Ende von Life is Strange. Tut mir leid, Cadian Bay. Tut mir leid, Cadian Bay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. Amen. Amen.